Hey moin Freunde hier ist euer Red Marek und wir möchten euch gerne einen Wall Glitch nicht ganz, ihr könnt auf jeden Fall in Franklins Haus reinglitschen, ihr würdet das wohl bestimmt hier wieder erkennen dieses Gebäude, das ist total geil das Teil, auf jeden Fall können wieder reinglitschen, was ihr braucht ist erstmal ein Centorno oder halt ein anderes tiefes Fahrzeug und diesen Berg braucht ihr, ihr müsst erstmal hier fett hochfahren und dann hier so rüberjumpen, damit ihr auf das Haus landet, dann steigt ihr ein, ihr braucht auf jeden Fall keinen Kumpel, bei mir ist jetzt ein Kumpel dabei, aber ihr braucht keinen, dann müsst ihr hier reinfahren, weil hier seht ihr schon, es backt hier rum und dann müsst ihr reinbrettern, so, währenddessen gleichzeitig aussteigen drücken, wenn ihr das gemacht habt, während ihr reinbrettert, aussteigen drücken und dann landet ihr hier schon rein, so, hier könnt ihr eigentlich hier quasi eigentlich alles machen, rumballern und weiß der Teufel was ihr hier fahren kann, ich könnte auch ein kleines Deathmatch unter euren Kollegen machen, auf jeden Fall kommen die natürlich auch rein, die können wirklich alles hier machen, überall hin, und ja ihr seht, auf jeden Fall kann man hier so einiges machen, das auch bei jedem Fall der Polizei versteckt, die kommt hier mit Sicherheit nicht rein und ja, wie mein Kollege jetzt hier das Problem hat, es funktioniert zwar recht gut, aber auch nicht auf Anhieb, das ist das Problem, also ich krieg's auf Anhieb immer hin, ihr werdet bestimmt eure Schmähketten haben, weil es im Prinzip nicht einfach mehr wird, das ist doch passiert, dass wir das machen, und äh, schön wäre dann auch, wenn ich auf Anhieb unterdrückt, das ist ja ein Redmatch, weil wir dann einen Abo-Hörer kann mit dem Live, mit dem Live, egal ob es ein Fakt ist, oder Jocker, oder Jocker, oder Jocker, oder Jocker, oder Jocker, oder Jocker. Bis zum nächsten Mal.